Unverwechselbar macht uns zweifellos die Tata, dass wir uns als Event-Band verstehen. Das bedeutet, wir richten uns nicht nur ausschließlich nach der Musik, sondern wir schauen, dass das ganze Event, die Veranstaltung rund um musikalisch und auch mit allen Nebensächlichkeiten, in Anführungszeichen, wie Kostüme und solche Dinge eben durcharrangiert wird mit uns oder von uns. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir können von einem wirklichen, in Anführungszeichen, leisen Lounge Jazz bis hin zur Rock Show an sich alles bedienen und sind da auch sehr stolz drauf, dass wir das im Prinzip in einer Besetzung tun und uns dann jeweils für das Event im Speziellen drauf vorbereiten. Musik 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 Down the waterfall, wherever it may take me I know that life won't break me When I come to call She won't forsake me I'm loving angels instead It's something different, it's an event band And as you just said, we understand ourselves as a unit And since we have all the Fäden in the hand, identify ourselves with our task And with what we then also present as a artist Viel, viel mehr, als wenn wir uns so verstehen würden Als Musiker zu einem Job gebucht zu werden You've got me strong enough to walk on through the night There's a new day at the other side Cause I've got hope in my soul Keep on walking, baby Feel like my fire Your love is my only desire Feel like my fire Cause I need I need Hell is gone and heaven's here There's nothing left for you to fear Shake your ass, come on, now we're here Now scream I'm a burning energy of everything I used to be You're my rock of empathy My dear So come on, let me Entertain you Entertain you Let me Entertain you La-zone-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ready-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tage-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... Untertitelung des ZDF, 2020